Halihallöchen, ich wollte in diesem Video nur mal kurz eine Info abgreifen von euch, denn ich habe jetzt vermehrt in den Kommentaren gelesen, dass wodurch mein Video so ein paar Leute zum einen wieder zurückgekommen sind und sich gedacht haben, ach ich installiere mir noch mal WoW, ich gucke noch mal rein, ich habe jetzt länger schon nicht mehr gespielt, das finde ich zum einen ganz cool und zum anderen gibt es dann auch noch Leute, die wohl durch meine Videos dann dazu animiert wurden, zum ersten Mal überhaupt WoW mal anzufangen und deswegen wäre die Frage genau an diese Leute, ich habe ja so eine Einsteigerreihe gemacht, wo ich so ein bisschen die Grundlagen erkläre und die möchte ich mehr oder weniger so ein bisschen weiterführen bzw. noch ein paar Zusatzvideos zu bestimmten Themen machen. Die Frage an euch wäre jetzt, welche Themen würden euch denn noch so interessieren? Dabei möchte ich nicht auf klassenspezifische Sachen eingehen, sondern das Ganze wie in den Einsteiger Guides dann auch noch ein bisschen allgemeiner halten, aber es kann ja sein, dass ihr da irgendwo eine Ecke im Spiel habt, die ihr nicht so ganz versteht. Es ist immer schwer, wenn man dann jahrelang schon WoW spielt, sich nochmal so zurück zu versetzen in die Zeit, wo man das noch nicht gemacht hat bzw. damals als ich angefangen habe, war das Spiel von den Funktionen und vom Umfang her natürlich noch was ganz anderes. Das wurde ja nach und nach immer erweitert, wodurch man dann immer so einen stetigen Lernprozess hatte und nicht alles auf einmal, wie das vielleicht Leute haben, die jetzt dann anfangen. Deshalb schreibt mir doch gerne in meine Kommentare, was würde euch noch interessieren? Wo würdet ihr gerne dann noch so ein paar kleine ergänzende Zusatzinfos, ein paar kleine ergänzende Einsteiger Guides haben? Ansonsten kann ich euch nur willkommen heißen. Ich hoffe, WoW macht euch Spaß und mehr wollte ich eigentlich auch nicht in diesem Video. Ich bedanke mich für euch fürs Zusehen und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut herein!